Herzlich Willkommen euren Freunde zurück zu Animal Crossing New Horizons. Gestern haben wir sehr sehr viel gearbeitet und so. Lomoos hat uns was geschickt, das müsste unser Raichu sein. Randschuhmodell, ja, unser Raichu, den schauen wir uns mal direkt an. Morgen ist eigentlich der 22. April, das würde ja bedeuten Tag der Erde. Müsste eigentlich ein Update kommen. Oder das Update ist zusammen mit dem Oster-Event gekommen. Das kann natürlich auch sein. Ach, der sieht irgendwie cool aus. Ja, der gefällt mir. Der gefällt mir echt. Ne? Also entweder morgen kommt ein Update oder nicht, aber morgen kommt die Folge auf jeden Fall später. Ja, weil ich den ersten, also, ne? Du bist 14 Uhr circa unterwegs bin morgen. Oh, Gilleva ist wieder da. Hallo, Gilleva. Ja, 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 ja. Schmatz, schmatz, schmatz. Ankerfeld ist mir noch müde, soll ja doch schlafen. Schmatz, schmatz. Steh endlich auf. Guten Morgen oder Abend. Bin doch ganz schummrig. Eine schöne Tageszeit wünsche ich dir. Halt, ist das etwa meine Lieblingslandrate Moritz? Ja, ahoi. Gut, dass dein Kopf so groß ist, so kann ich dich auch mit brummelnden Schäden erkennen. Wow, danke. Danke. Willst du wissen, was mich diesmal hier an deinem Strand verschlagen hat? Ja, sicher willst du das. Also, ich hab da gerade mit ein Dutzend, nein, zwei Dutzenden Meeresmonstern gekämpft. Drei hatte ich schon am Boden. Da kam das vierte von hinten. Ein verheerender Kitzelangriff. Ich hatte keine Chance. Und wie ein Stein stürze ich über Bord. Klatsch. Zappel, zappel, paddel, paddel, blubber, blubber. Und hier komm ich wieder zu mir, als man mich mit nervigen Stupsern wieder zum Leben erweckt. Ja, mehr. Hätte ich nicht ausgehalten. Das hätte Schiff gehen können. Ha. Ähm, das ist die Stelle, an der du lachen solltest. Hm, den kanntest du wohl schon. Na, ich könnte noch Stunden mit dir anschnacken, aber der Ozean rauscht meinen Namen. Ge-Le-Wa. Ge-Le-Wa. Zeit, die Rettung zu organisieren. Huch, mein Telefon ist doch wieder kaputt. Ich rufe einfach schnell um Hilfe, indem ich meinen treuen, praktischen... Was? Mein, mein, meine Güte, Güte. Mein treuer, praktischer Fernsprecher ist kaputt. Das ist weder treu noch praktisch. Mir kriege immer Krillen. Das Ding ist völlig abgetakelt und es fehlen einige Fernsprecher-Teile. Ich muss also los. Warte, warte, hilfst du mir bitte? Ich muss doch meine Mannschaft finden. Hm, das wird dauern. Meine Seemannsmetaphern reichen nur noch für wenige Stunden. Ich heule hier rum wie eine arme kleine Robbe. Suchst du mir bitte meine Fernsprecher-Teile? Bitte. Ja, okay, ich mach's. Oh, danke dir, du blühende Anemone des Meeres. Danke, dein Herz ist ja noch größer als dein Kopf. Die Fernsprecher-Teile müssen irgendwo im Sand verborgen sein. Ich brauche nur noch fünf Teile. Wenn du sie findest, packe ich sie wieder hier rein. Zumindest versuche ich es. Meine Mannschaft tut mir sicher, deshalb bleibe ich lieber hier und halte nach einem Schiff ausschauen. Die Jagd nach dem Teilen überlasse ich dir. Ich glaube an dich. Oh ja, ich hab ja auch keine andere Wahl. Wow. Ist ja nicht so, ne? Dass er auch nach den Dingern hier gucken könnte. Hier war auf jeden Fall grad was. Perfekt. Einen hätten wir schon mal. Wir haben ein Rezept. Ne, das ist kein Rezept. Doch, das ist ein Rezept. Eine Bambusbank. Oh, cool. Cool, cool, cool. Schauen wir da mal rein. Ja, sieht niedlich aus. So, nachher muss ich Pfirsiche ernten. Muss ich mir merken. So, dann haben wir Besuch. Ne. Schade, schade. Schokolade. Ich glaube die Muscheln, die nehme ich auch mal mit. Die kann ich ja verkaufen im Notfall. Sechstausend haben wir. Muss die ja gleich für den Laden reichen. Es sei denn. Ne. Der Laden ist wieder so teuer. Mit der Tischtennisplatte, ja. Ich hoffe es gibt keine Tischtennisplatte. So, komm hier. Da haben wir noch was. So eine Teppichmusche. Schade. Brauche ich nicht. Wieder zumachen. Äh, hier ist auch nichts. Ich glaube von oben ist die Ansicht besser. Also jetzt zum Suchen. Zum Suchen. Ach, ich habe gestern das erste Mal der Schatzplanet auf Disney gesehen. Auf Disney+. Ich wollte ihn immer mal schauen, weil ich den Trailer so cool fand als Kind. Aber ich habe es nie gemacht. Jetzt habe ich ihn endlich mal geschaut. Und er war in Ordnung. Also mehr als 6,5 Punkte würde ich dem Film nicht geben. Sagen wir es so. Also, man kann ihn sehen. Aber müssen Hm, ist was anderes. Ist was anderes. So, habe ich schon 5 oder habe ich jetzt 4? 4 habe ich. Okay. Dann fehlt noch einer. Einer, einer. Einer, einer. Ah, da ist Gelöber. Ich dachte schon, der wäre wieder weggelaufen. Dann müsste ich ihn suchen. Komm, komm, komm. Hallo. Hier ist ja nichts mehr. Meine Güte, meine Güte. Komm. Komm, jetzt gib mir doch endlich den letzten Fernsprechdings. Biete, Spiel. Biete. Hier ist nichts. Hier ist einfach gar nichts. Das ist doch ein Witz, oder? Okay, dann gehe ich mal auf die andere Seite, weil da bin ich gefühlt immer schneller. Da werde ich schneller findbar. Findbar? Auffindbar? Irgendwie so. Leute, es ist 8 Uhr, ja? Ich bin erst gerade aufgestanden. Was heißt gerade? Um 7 Uhr circa. Da haben wir es. Äh, da. Profi Schaufel. Und perfekt. Haben wir geschafft. Nice. Nice, nice, nice. Da, schnell zu Gelöber. Obwohl, wir gucken mal eben, ob hier der Geldstein ist. Denn was ist das Wichtigste? Hier in Animal Crossing natürlich das Geld. Ohne Geld ist hier nichts los. So. Tudum. Schnell einsammeln hier. Und, oh, ein kleiner, süßer Fisch. Naja. Weg mit dir, Fisch. Oh. Oh, fossil. Und Koalaschen ist hier. Na, Koalaschen, wie geht's dir? Hallo, ich bin's, Oskar. Ach, ich liebe Spaziergänge. Da bleiben die Füße immer so schön beschäftigt. Okay. Interessant. Hey, wie geht's denn so? Ich hab gehört, du hast gestern für neue Straßen gesorgt. Musst du irgendwo in ein altes Haus? Äh, oh, da ist Moritz. Ich hab heute was für dich. Hier nimm. Einen Pulli. Einen Fitness. Äh, eklig. Bah. Bah. Geh weg, bitch. Sport. Sport ist Mord, ey. Ich hab den Weg hier immer noch nicht weggemacht, ne? Ich bin einfach faul, Leute. Ich bin faul. So, Gilleva, ich komme. Danach muss es geshoppt werden beim, ja, Schlepp und Rübenpreise abgeschickt werden bevor es 12 Uhr ist. Super. Oh, das sind sie. Das sind meine Fernsprecherteile. Kommt her, ihr süßen. Tada. So, alle Teile sind hier wieder ordentlich reingequetscht wie die Sardinen. Läuft das Ding jetzt? Ahoy, Mannschaft. Ich bin's, euer Freund. Finde Vogel. Also, es ist schon wieder passiert. Kommt ihr vorbei und holt mich ab. Hier sind meine Koordinaten. Gilleva, Ende. So, das sollte reichen. Du bist der Beste. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich zeig mich irgendwann dafür erkenntlich. Behalt deinen Briefkasten im Auge. Ich schick dir was. Das haut den stärksten Kraken aus den Socken. Wobei, tragen Kraken überhaupt Socken? Allein das Anziehen dauert doch bestimmt ewig. Ah, ich bin gerettet. Als nächstes stundenlang ungeduldig hin und her laufen. Dann wollen wir mal. Ach, Gilleva. Mein Gilleverschen. So, wir haben noch ein bisschen Platz. Dann nehme ich schon mal ein paar Pfirsiche mit. Ich würde mal sagen so mindestens zehn Bäume, ne? Damit ich nicht ganz so viel nachher zu tun habe. Das Unkraut lasse ich jetzt erstmal wachsen. Ich finde es echt schön. Aber eigentlich wollte ich erst die fünf Sterneinsel erreichen. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall noch dauern. Ja. Das wird noch dauern. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Ich habe mir gestern ein Brot selber gemacht. Schmeckt nicht ganz so geil, aber man kann es gut essen. Tatsächlich. Voll mit Butter und mit Puderzucker drauf. Dann schmeckt das wie so ein süßer Stuten. Ist echt cool. Ja, dann habe ich mir gebacken, weil irgendwann habe ich nämlich auch kein Lebensmittel mehr zu Hause und dann müsste ich einkaufen. Deswegen habe ich mir noch ein Brot gebacken, damit ich nicht einkaufen muss. Okay. Ich habe kurz eine Nachricht bekommen. Was wollte ich denn machen? Achso, ich wollte zu Schlepp und Nepp. Ich kann mich wieder daran erinnern. Tatsächlich. So, was verkaufst du denn heute? Okay. Ach. Ach, man, 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 man. Hallo? Gott, was ist das denn da rechts? Achso, eine Herdplatte und eine Spüle, okay. Willkommen, Moritz. Herzlich willkommen. Was können wir heute für dich tun? Der Kille üben bist 94. 94. Wow. Toll. Toll. Hier, Fitness-Tor brauche ich nicht. Ich mache eh keinen Sport hier in Animal Crossing. das Ding. Polizei-Mütze. Ach, die wollte ich nur aufsetzen. Stimmt. Bitteschön. Bitteschön. Ja. 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 Vielen Dank. Ja, ja, ich danke auch und ich habe hier irgendwas erreicht. Achso, Früchte verkaufen. Okay. Leider, ich kaufe mir hier mal. Wie verkaufst du das prachtexemplar? Bin ich gespannt. What? Ne, lieber nicht. Kann mir einer sagen, wieso diese Dinger hier so teuer sind? Was ist das hier für ein Laden, ey? Ein Abzockerladen, würde ich fast schon sagen. Vor allem die Kücheninsel ist so groß, dass da irgendwie fast nichts mehr im Raum dann passen würde. Ne, 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 ey. Ob ich jetzt hier 140.000 für das da ausgeben würde, ey. Lass mal hier gucken. So, was haben wir hier? Oh, die ist eigentlich schön. So eine rutzige Wand finde ich schön. Da haben wir das Schiff mal in einer anderen Farbe. In blau. Ist auch sehr schön. Ähm, Braunziegel, nehme ich auch mal. Finde ich auch nicht verkehrt. Oh, ne, ne. Ne, nochmal möchte ich das nicht kaufen. Ähm, okay. Ne, das nicht so. Ne. So, dann kaufen wir noch den Teddy. Dann haben wir den, den im Inventar. Beziehungsweise im Lager. So, und das hier, was ist das? Milch und Zucker Zett. Okay. Ja, okay. Nehmen wir auch mal mit. Süße Milch habe ich noch nie getrunken. falls man da Zucker reinmacht. Weiß ich nicht. Macht man in Milch Zucker rein? Ich meine, da wird es irgendwie so schmecken wie, ähm, Milchbrötchen, oder? Also, so stelle ich mir das vor. Äh, ich konnte die Brücke nicht wegmachen, weil der Aufgang hier erstmal gemacht werden musste. Wer ist jetzt da? Ach, da oben ist das Ding. Wie viel Geld habe ich mit? 40. Äh, äh, X, ne? Ja. Leiter. Und hoch. Genau. Also, das müssen wir gleich noch machen. Die Brücke wegmachen, damit wir da wieder bauen können. Morgen wird es aber nicht sein. Ich denke eher so übermorgen vielleicht, dass wir dann da weiter bauen. Weil morgen ist der Tag der Erde. Und da bin ich gespannt, was uns Gerd dann hier erzählt. Falls das Update morgen überhaupt kommt. Ne? Das ist auch so eine Sache. Ja. Äh. Ich glaube, vielleicht Geld. Geld, Geld, Geld. Wie viel kostet ein Abriss? 500.000, oder? Oder nur 10.000? Weiß ich nicht. Oh! Oh, Geld. Ach, jetzt doch kein Geld. Ach, Mann. Ich dachte, das hört sich an wie Geld. Schade. So, aber egal. Wir nehmen mal wieder Ressourcen mit. So. Und gießen tue ich auch nicht mehr, ne? Da warte ich lieber auf den Regentag oder so. Ich meine, im Sommer wird es dann schwer. Aber ich habe eigentlich echt null Bock die ganze Zeit zu gießen hier im Spiel. Es sei denn, ihr gib mir die Goldgießkanne, ja? Dann wäre ich happy. Okay. So, was haben wir hier? Auch nicht. Okay. Auch nicht. Auch nicht die, das Geld. Das schöne Geld. No, dann gehen wir mal eben hier unten war noch ein Stein. Oh, habe ich einen Kescher? Ich habe keinen Kescher mit. Ach, schade. Habe ich da oben Geld reingetan? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe da echt vergessen, Geld reinzutun. Ich muss da gleich nochmal hinlaufen, ey. Das kannst du jetzt nicht sein, dass ich das vergessen habe. Dass ich da vergesse einfach, das Geld reinzutun. Mann, 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 ey. Das ist natürlich wieder ein Moritz-Move, ey. Kann es doch nicht sein, dass ich so dumm bin heute. Eine Kesche ist mir aufgefallen. Das arme Loch, ey. Oder? Oh Gott, ich habe zugebuddelt. Ist ja noch schlimmer. Ist ja noch schlimmer, wenn ich das ja zugebuddelt habe. Ich habe zugebuddelt. Oh Gott, ey. Ist nicht mein Ernst. Ist nicht mein Ernst. Nee. Nee, ey. Das kann ich jetzt echt nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Lächerlich. Lächerlich. Ich bin echt ein bisschen müde, aber ich muss heute müde sein, damit ich morgen früh aufstehe. Ich muss ja schon um acht los. Also, ich wollte in den Häusern nachgucken, ob jemand endlich auszieht. Pamela schläft bis neun. Die brauche ich nicht zu gut achten. Boah, hier sind echt viele Bienen unterwegs. Finde ich echt schön. sehr, sehr schön. Ist niemand zu Hause? Doch. Ich habe keine Ahnung, wer hier wohnt. Irgendwas ist ein Nashorn. Okay, ich rate jetzt den Namen. Das ist Rüdiger. Haben wir einen Rüdiger? Ich weiß es nicht. Rüdiger! Oh mein Gott, ich bin so gut. Willkommen in mein Knusperhäuschen. Ich nenne es so, weil ich Chips mag. Hä? Chosie? Oh, nicht Chosie. Ich sage jetzt nicht, wie ich es aussprechen wollte, ja? Ja, also, sorry. Soweit ich gehört habe, war gestern kein Ballon vor dem sicher. Pfiff, pfaff, geplatzt, schneusel. Das muss eine tolle Show gewesen sein, sonst würden nicht immer noch alle davon erzählen. Okay, ich habe Chosie, Chosie, oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen, was ist das denn? Chouji, Chouji? Aus Naruto gemeint? Der immer nur Chips isst? Hey, wieso kann ich den Namen nicht aussprechen? Sie sind falsch mit mir. Chouji, 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 alter Schwede, sorry Leute, ich kann es nicht. Bitte hatet mich nicht dafür. Jetzt habe ich mich an meiner eigenen Schlucke verschluckt. Ich habe noch was Interessantes gelesen. Hinten ist da irgendwo diese Insel, der geheime Strand. Hier ist er. Und da kann tatsächlich ein Schiff irgendwann mal hin. Also es wird gemunkelt, dass reiner Schiff da dann halten wird. Und dann kann man da Sachen kaufen, die später noch ins Spiel reinkommen. Hallo Misusa. Äh, Mischka. Yeah, ich habe nicht nur Geschmack, sondern auch voll die Skills. Stimmt's, Moritz? Also, ich stelle gerade einen Baumstammliegestuhl her. Die Idee dazu hatte ich gestern beim Einschlafen, weil ich eben nicht einschlafen konnte. Checkst du das? Auch egal, wen interessiert. Heute ist heute und ich bin sowas von im DIY-Fieber. Wie jetzt, Moritz? Du weißt echt schon, wie man einen Baumstammliegestuhl macht? Ja. Weißt du, ich finde es ganz schön blöd, dass du das schon weißt, aber irgendwie auch total cool. Hey, also, wenn wir beide schon Bescheid wissen, okay, dann kriegt die Anleitung halt wer anders. Nimm mal eine Anleitung und gibt sie einem echten Bastler-Profi. Sag ruhig, dass sie von mir stammt. Von wegen Promi-Bonus. Auf sowas stehen die Leute. Prrrr. Okay, alles klar. Jetzt los, Marsch, Marsch. Zeig mal, dass du beim Basteln drauf hast. Äh, alles klar, Mischa? Ähm, die ganzen Bauanleitungen, ja, die verdrecken meinen Strand beziehungsweise meinen Eingang. Also, irgendwann muss ich die auch alle mal verkaufen, wenn die keiner von meinen Gästen haben will. Hallo, ich grüße dich, Mili-Mili. Ich habe vorhin etwas gerochen, was nach Kräuterkork von meiner Mutter roch. Ich vermisse sie. Wie kann ich dir helfen, Mili-Mili? Willst du irgendwo hoch? Ich liebe das Gefühl, auf alle anderen herabschauen zu können. Mili-Mili. Ja, das kenne ich. Das Gefühl kenne ich, Leute. Da will ich aber nicht näher drauf eingehen. Hahaha. Äh, hallo, hallo? Du bist nicht zu Hause. Okay. Dann gehen wir zum Museum und bringen das mal eben weg. Und als nächstes machen wir machen wir erst den Aufgang dahin oder die Brücke machen wir weg. Ich würde sagen, wir machen den Aufgang vielleicht als erstes dahin. So, hallo, hallo. Huch, ein Huchen. Oh je, ich bitte. Und pardon, Moritz, wie konnte ich nur schlafen? Fossilien analysieren. Ich habe drei Stück gefunden. Ich weiß, es gibt fünf oder vier, aber halt nur drei für dich, ja? Nicht nur ein Fund, sondern mehr. Oh, oh, das ist aber hier schön. sechsten Sinn haben sie also. Okay, ich gebe ihnen die kostbaren Stücke wieder. Jede Spende, jedes Stück macht den guten Augen glücklich. Kann ich nur ihnen irgendwie helfen? Ja. Oh, ich kann tatsächlich was stiften. Oh, oh, oh. Was haben wir denn hier nochmal? T-Rex-Torso und Mega-Serpa-Rus-Torso. Okay. Okay. Bitte schön. Uh, hat man Worte. Es ist Dimetrose. Welche Wonne? Sie verwöhnen mich an Dimetrodon. Jaja, natürlich, aber sicher. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn? Hüstelhust? Ah ja, Dimetrodon. Damit handelt es sich nicht um ein Dinosaurier, auch wenn manche das behaupten. Dieses Reptil, nicht Dinosaurier, ist gut an dem Organ auf seinem Rücken erkennbar. Das an ein Segel erinnert. Besagtes Organ half ihm möglicherweise bei der Regulierung seiner Reptilienkörpertemperatur. Reptilien sind Kaltblüter, doch ob das auch auf Dinosaurier zutraf, wird noch diskutiert. Dimetrodon jedenfalls war definitiv Kaltblüter. Und das war's. Ich hoffe, meine bescheidenen Ausführungen waren eher hellen. Ja, danke schön. Danke schön. Das waren echt mal interessante News über Dimetrodon oder so. Ich hab den Namen schon vergessen. So interessant war's, ey. Oh. Ich hab hier was. Achso. Von Silien. Okay, okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie findet ihr eigentlich die Schleife? Sehr schön, oder? Die ist schon sehr Kultur. Oder Kultur. Wie das Fachleute nennen würden. Okay, dann werde ich noch den Aufgang noch dahin machen. Müssen wir nur irgendwie da hinten hinkommen. Den Geldstein hatten wir schon, ne? Ja, ich glaub schon. Wie viel Geld hab ich? 50.000. Okay. Guten Tag, Herr Nook. Hallo? Hallo? Oh, Kundschaft. Oh, hallo Moritz. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Einweihung fahren? Was müssen wir denn noch Einweihung fahren? Ach die. Ne, ne, das brauchen wir nicht. Ach ne, ist wieder gar nicht mein Haus. Ne, sorry. So, hättest du dann sonst noch irgendwo eine Infrastruktur? Lass uns reden. Ich möchte gerne einen Aufgang bauen. Aufgang bauen. Hättest du gerne einen Stein? So. Die hättest du ganz gern. Und ob. Ja, danke, danke schön. Super, super. Ich werde auch noch mal ein Ticket kaufen. Dann kommen wir vielleicht mal wieder auf eine Insel. Da haben wir schon lange nicht mehr. Vielleicht haben wir Glück. Einmal pro Tag. Ja, ja, bla, bla. Ich könnte mir bei Schlepp und Nepp auch noch Dings kaufen. Den Kescher. So, nochmal einlösen. Was haben wir denn hier eigentlich? Ah, den hab ich, glaub ich, schon. Mal ein Ticket. Ja, eins möchte ich mal wieder haben. Ich bin gespannt, wenn endlich mal jemand auszieht, ne? Dann wird es nämlich eine krasse Wohnungssuche geben. Äh, Bewohnersuche geben. Wird dann wahrscheinlich auch mehrere Stunden dauern. Naja, nicht, vielleicht nicht ganz so schlimm. Vielleicht nicht ganz so schlimm. So, aber als erstes platzieren wir mal eben den Aufgang. Mal in dieses komische Spenden sammeln, ja? Ich würd mal gern wissen, ob das wirklich irgendwann da mal hinhaut. Dass die das dann mal erreicht haben. Weil ich glaub nicht. Ja. Mal sehen, bitte. Sehr schön. Ja, ist in Ordnung. Super. Yeah. Oh, ich bin eingesperrt. Och, Mann, ey. Jetzt muss ich diese Kacke hier benutzen. Ah. Ähm. Ich kann die Leiter benutzen. Ha. Oh. Ha. So. Ich hab dich ausgedrückt. Du. Druid. Wirst du Druid, ne? Ich glaub schon. Irgendwie so. Okay. Ach ja, stimmt. Ich wollte mir ja noch ein Dings kaufen. Wollte mir ja noch ein Dings kaufen. Einen Cachy. Einen Kescher. Weil ich glaube, diese Kescher hier, ja? Die halten einfach mehr aus als meine, oder? Bin mir natürlich nicht sicher. Oh, ein Sternenkescher. Uh. Nehm ich. Nehm ich, nehm ich. Cool. Sternenkescher. Der sieht cool aus. Danke, Schlepp und Nepp. Vielen Dank. Für die Blume. Vielen Dank, mir lieb von dir. Ach, der ist echt cool. Ja, der ist cool. So. Ihr Insekten. Ihr könnt kommen. Okay. Noch sehe ich nichts. Blume kaputt gemacht. Egal. Ja, macht da Fake-Lieger-Stütz. In der Luft. In der Luft. Und wir gehen jetzt mal eine Insel besuchen. Das waren wir echt schon lange nicht mehr, ne? Ich würde so tippen. Zwölf Tage. Zwölf. Zehn Tage. Wenn nicht noch länger. Hey, hey. Willkommen am Tor. Ich möchte fliegen. Oh. Oh, das ist ja mein Ticket. Oh. Ja, ja. Ich möchte es auch nutzen, das mein Ticket. Auf geht's. Dann los. Ab in die Luft mit dir. Dann los. Chodo-Einzir. Spricht Chodo Tower. Hier ist ein Passagier. vielen dank für den flug vielen dank ich komme schon klar ich habe schon lange nicht mehr tom und jerry geschaut aber es war nie so meins also rezept es hat sich gelohnt auf die insel zu kommen ein rezept haben wir da schon beim baumstamm bank die haben wir noch nicht okay cool gucken wir uns die mal an ja sieht in ordnung aus nichts besonderes okay da haben wir irgendein ding ein sandlaufkäfer sonst haben wir hier momentan noch nicht hier ich habe auch keine angel ne mann schade 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 wir haben wir bäume aber so schön ist die insel nicht weil kirschen habe ich halt selber kann ich rüberspringen nee okay brauche ich den sprungstab alles klar so nehme ich mit unkraut so du stein hier ne was gibt es mir gibt es mir irgendwas cooles weiß es nicht noch nicht noch nichts cooles aber vielleicht kriegen wir ein gold erz das wäre ja was aber ne bekommen wir nicht okay leute ja leute dann würde ich sagen das war's für heute tino und sina werde ich euch dann per screenshot zeigen was ich mir gekauft habe und ja bis dann euch kamito haut rein bis morgen aber bis morgen abend eher ne weil ich bin bis morgen spät mittag unterwegs ne bis dann 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 bis Vielen Dank.